hey yo du weißt du wo es nach meckes geht in die richtung findest du den glück ok dankeschön warte da oben oder da unten opfer gaben für hardes ich hab ne spinne alter die nehm ich gleich und schieb sie dir ins arschloch ich konnte mich jetzt gerade selbst nicht ernst nehmen oh mein gott ich möchte bitte einen normalen ping damit ich bin auf die spielen kann du musst doch ordentlich bezahlen ich bezahle ordentlich ich hasse dich wer schießt und das hat funktioniert guck sie an ich glaube ich sag mit dem wow haben wir hier vorne irgendwie eine cam oder so dass wir wissen ob hier ein guard ist äh achso also bitte aufhören den auf zu hängen ich hab ne cam liegt der bei dir auf dem boden sveti ja Sag mal, Kollege, was war das da letztens, hä? Das war der andere. Wie der andere? Ja. Das war der andere Mitarbeiter. Ja. Das ist unfassbar, Digga. Die Wegbeschreibung war für den Arsch. Ich bin der mit dem Schild, weißt du? Ja, mit dem anderen hat er auch ein Schild. Nee, hat er nicht. Der hat dieses Schwert gehabt. Ja, das kann sein. Ich bin Schild. Das kann sein. Meine Erinnerung ist ein bisschen getrübt durch den Aufprall, weißt du? Alkohol. Weißt du denn, wo es hier nach Meckes geht? Alkohol. Ja. In die Richtung? Ja. Und er nach unten. Nach unten? Ganz sicher? Ja. Das hat der andere aber auch gesagt. Alles gut. Ja, bei mir kannst du vertrauen. Okay, okay. Was geht? Was geht? Wo hast du es hingelegt? Lümer! Auf einen dieser toten Skelette da. Aber dann ist das ja der Hauptweg. Dann kann ich doch besser eben einmal den hier. Guten Tag sagen. Boah, Digga, ihr seid so schmutznah. Ein Stein, der deinen Namen trägt. Den schenke ich dir heute Nacht und schmeiß ihn in dein Gesicht. Ah, okay. Das heißt, hier hat der Dehnweg ja auch gehen können. Alright. Oh, oh. Ey. Frieden, Frieden, Bro. Frieden, Frieden. Ich fecke gerade nicht den Schalter, nein. Ah, 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 ah. Oh, ja. Oh, geiler Schalter. Oh, Nummer drei. Nummer drei. Nummer drei. Äh. Space, kann man darüber reden? Oh, mein Gott. Alter. Rolle. Ich war so mit dem Mikro und dem Vögelnden, der Knüppleiten beschäftigt, den ich nicht darauf geachtet habe. So, mal kurz hier zwischen Fazit ziehen. Chef Koch. Ich rede mit dir, du Fotze. Geht doch. Ja, Entschuldigung, ich bin auf einem Ort auf. Das tut mir leid. Und wie macht sich der Neue? Ja, wenn er mir nicht im Weg stehen würde, wäre alles cool. Du musst dann einfach auf die Schnauze auf, wenn er im Weg steht. Hör auf, da hin zu rennen. Das darf nur der Chef Koch. Ich sehe das. Also irgendwie kommt kein Name, Leute. Gute Frage. Alles klar. Guter Name. Ich habe mich gerade eben das Schaf weggetreten. Ich glaube schon. Aber in der Theorie wäre es geil. Ich muss ja noch rufen. Achso, ich rufen. Wir haben Roleplay gemacht, deswegen. So ein bisschen. Echt jetzt. Egal, wie es das war. Wie man einfach eine Tür blockieren kann. Ey, Digga. Du bist doch der mit dem Schwert, ne? Was war denn das da letzten? Nein. Ich habe kein Schwert. Aber dieses Schild kenne ich. Komm zurück. Liegt in der Familie. Das Schild liegt in der Familie. Okay. Warte, Neuromods kann ich immer noch nicht herstellen, richtig? Jupp. Na dann. Auf jeden Fall. Die Q-Strahlenzellen. Weil dann kann ich nämlich auch den Dingens besiegen. Haben Sie schon einen Weg gefunden, die Station zu verlassen? Ja. Erstmal auf mich durch die Gegend zu schieben, Alter. Hallo, ich stehe hier. Kollege. Ich hätte so Bock, den mir jetzt einer rein zu zwiebeln, ne? Aber ich mache es natürlich nicht, ja. Oder? Na doch. Jetzt soll ich schon ein bisschen selber schuld, Alter. Also, wie ist Sicherheitsabstand, Alter? Der steht wahrscheinlich auch am scheiß Bankschalter auch. So mit einem Blick über die Schulter. Na, welchen geilen Kot hast denn, du? Spaß, der. Verdammter Mist. Wie der Hund aus dem Nichts aus dem Wasser auftaucht, um Handy zu revive, während der Boss gerade woanders hingeht. Also, scheiße, wieso steht der wieder? Ich habe ihn gut trainiert, den Hund. Ohne Scheiße, Alter. So frech. ich bin nicht mal sicher ob das scheiß auto überhaupt auch kommt ich schieße drüber kann man vielleicht juni oder so ich würde gern tiefer legen erst mal mit der boxen verschrauben wir wissen so weit vorne ja bergab da habe ich ihn erwischt habe hast du ihn erwischt oder nicht darauf habe ich ihn aber ob er jetzt eingegangen ist weiß ich nicht also er ist nach dem treffer ist auch stehen geblieben also das heißt ich weiß nicht warte nehmen ist noch viel weiter ich nehme schon mal sicherheitshaben die schrubflintheit haben falls man gleich entgegenkommt ja ja was ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017